Meine sehr geehrten Damen und Herren, Verfassungsschutz sechs Jahre und drei Monate geleitet und Verfassungsschutz heißt nicht Regierungsschutz und Verfassungsschutz heißt auch nicht Staatsschutz, sondern Verfassungsschutz heißt Schutz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist ein großer Unterschied. Der Verfassungsschutz dient nicht dazu, dass eine einzelne Politik, eine einzelne Partei oder auch der Staat, egal wie der Staat aussieht, geschützt wird, sondern die freiheitlich-demokratische Grundordnung und im Kern also eine liberale Demokratie. Eine liberale oder freiheitliche Demokratie ist auch kein Selbstzweck, auch wenn immer wieder die Demokratie als Monstranz hochgehalten wird. Die Demokratie hat eine dienende Funktion, nämlich sie dient der Realisierung von Freiheitsrechten. Und Sie alle kennen das Zitat von Churchill, in dem Churchill so zitiert wird, dass die Demokratie zwar eine fehlerhafte Staatsform ist, aber von den Schlechten immer noch die beste ist. Man kann noch hinzufügen, das ist die beste zur Realisierung von Freiheitsrechten. Weil, wie wir alle festgestellt haben, die Alternative dazu ist der totalitäre Staat, die eine absolute Monarchie oder eine Diktatur, die jedenfalls nicht sicherstellen kann, dass unsere aller Freiheitsrechte realisiert werden können. Sicherlich ist die Demokratie schlecht, wenn es nicht darum geht, Freiheitsrechte zu realisieren, sondern wenn man ganz andere Staatsziele hat. Wenn ich so die öffentliche Diskussion zum Beispiel zum Thema Klima verfolge, die öffentliche Diskussion zum Thema Umwelt verfolge, aber auch andere Diskussionen über mögliche Staatsziele oder Staatszwecke, da ist mir natürlich klar, dass eine Demokratie viel zu langsam und zu träge ist, dass es viel zu viele Bedenkenträger gibt, wenn man ein bestimmtes klimapolitisches Ziel durchsetzen will. Es gibt viel zu viele, die sagen nein und viel zu viele, die haben Bedenken, ob es wirklich notwendig ist, CO2 zu reduzieren, ob es notwendig ist, CO2 in dem Maße zu reduzieren, ob es notwendig ist, dass wir einen Verbrennungsmotor abschaffen und so weiter. Heißt also, wenn man all dies durchsetzen oder durchpeitschen will, wenn man der Überzeugung ist, das alles ist notwendig und das oberste Ziel ist jetzt nicht, freiheitliche Grundrechte der Mitbürger zu wahren, sondern Natur und Klima zu bewahren. Wenn also das Klima höher steht als die Freiheitsrechte der Bürger, dann muss ich sagen, ist die freiheitliche Demokratie wahrscheinlich nicht das beste Regierungsmittel, sondern man braucht eher eine Diktatur, um das durchzusetzen. Da war von der Veranlagung her das Grundgesetz als das oberste Ziel eben Menschenwürde und Freiheitsrecht angesehen hat und nicht die Menschenwürde von Menschen, die vielleicht in 500 Jahren leben, sondern die Menschenwürde der Menschen, die heute leben und vielleicht noch morgen leben. Und das ist das Ziel und die Aufgabe des Grundgesetzes. Haben wir uns für eine freiheitliche Demokratie entschieden und im Zweifel muss eben das Klima und der Umweltschutz unter der Demokratie stehen und nicht über der Demokratie. Und damit auch unter der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Und in der freiheitlichen Demokratie gibt es die Herrschaft des Rechts. Und die Herrschaft des Rechts heißt, ganz oben steht das Recht und dem haben sich alle unterzuordnen. Egal ob Religion, ob Ideologie, ob spezielle Moralen von einzelnen sozialen Milieus oder die Einzelperson. Der oberste im Staat steht ebenso unter dem Recht wie der einfache Bürger. Und letztendlich die Volkssouveränität in der freiheitlichen Demokratie, das heißt von unten nach oben, wird entschieden. Und das heißt, der Bürger ist derjenige, der die Demokratie prägt und der Bürger ist nicht der Untertan, sondern derjenige, der letztendlich seine Angestellten, den Bundespräsidenten, die Kanzlerin und all die vielen Amts- und Mandatsträger bezahlt. Das sind die Angestellten. Eine andere Perspektive hat man, wenn man Lenin gelesen hat, sein Buch von 1902, Was tun. In dem beschreibt er, wie eine andere Demokratie aussieht, nämlich den demokratischen Zentralismus. Der demokratische Zentralismus hat mit der Demokratie eigentlich gar nichts gemein, weil der demokratische Zentralismus ist, wie es im Leninismus üblich ist, vom Begriff her im Grunde genommen eine Verballhornung dessen, was im Bürgertum, was aufgrund der Aufklärung an Errungenschaften, Begriffen geschaffen worden ist. Der demokratische Zentralismus besagt letztendlich, dass von oben nach unten entschieden wird, dass eben die Kader entscheiden, wie die Politik auszusehen haben. Und das Volk ist letztendlich bestenfalls das Reservoir, aus dem man mögliche neue Kader schöpfen kann. Parallel dazu hat der Leninismus auch die Partei Neuen Typs erfunden, was eigentlich auch nichts mit der bürgerlichen Partei zu tun hat. Die Partei Neuen Typs ist anders als die bürgerliche Partei, keine Partei, wo das Parteimitglied als Bürger entscheidet, wer Parteivorsitzender ist oder Landesvorsitzender ist oder Kreisvorsitzender ist, sondern die Partei Neuen Typs besagt, dass das Politbüro oder diejenigen, die oben das Sagen haben, entscheiden, wer auf mittleren Rängen im Management der Partei etwas zu sagen hat. Und das Parteivolk ist das, das erzogen werden muss, das durch Schulungen gehen muss und bei denen man dann am Ende sieht, ob sie kaderfähig sind oder nicht, ob sie aufgenommen werden zur weiteren Förderung oder nicht. Auch hier der Begriff der Partei eine Verballhornung dessen, was im Grunde genommen eine bürgerliche Errungenschaft ist. In der Demokratie geht man davon aus, dass auch der politische Gegner nicht der Feind ist, auch der politische Gegner hat Rechte sich zu artikulieren und man geht von der Gleichwertigkeit aus, der Argumente und der Position, auch wenn man die des politischen Gegners nicht folgt. Und das bedeutet, auch der politische Gegner, der nicht regiert, hat ein Recht auf politische Existenz und wird anders als in der Diktatur nicht verfolgt und kann sich in der Demokratie äußern, hat allerdings dann auch zur Folge, dass auch politische Gegner, die den Staat überwinden wollen, dies für sich in Anspruch nehmen, dieses Demokratieprivileg, also grundsätzlich nicht verfolgt zu werden. Und hier kommt dann der Verfassungsschutz ins Spiel, der den Auftrag hat, frühzeitig zu warnen, ob es Bestrebungen gibt, die eben die Rechte der Demokratie ausnutzen wollen, um die Demokratie abzuschaffen oder zu untergraben. Demokratie ist auch deshalb verwundbar, und das ist ein zweiter Punkt, weil die Demokratie davon abhängt, dass der Bürger nicht nur untertan ist, sondern dass der Bürger selbstbewusst und selbst entscheiden kann über die Zukunft des Landes und über die Politik. Und das setzt voraus, dass er einerseits politische Bildung hat und setzt zum anderen voraus, dass er eine wahre und breite Tatsachengrundlage hat, auf der er seine politischen Entscheidungen bei Abstimmungen und Wahlen treffen kann. Und das ist ein ganz wunder Punkt einer freiheitlichen Demokratie, weil nicht nur Demokraten wollen Zugang haben zu dem, was die Menschen lesen und denken und sie beeinflussen. Nicht nur Unternehmen tun es gerne mit Werbung oder anders formuliert Propaganda, sondern auch der politische Gegner oder der politische Feind, nämlich die Extremisten, versuchen über das Tor der Medien Eingang zu haben, in das Denken, in das Wissen der Bürger und sie zu beeinflussen. Bei Revolutionen werden nicht umsonst als erstes, nachdem man das Militär auf seiner Seite hatte, werden dann als zweites die Funkhäuser besetzt. Die Funkhäuser sind wichtiger als die Parlamente und sind wichtiger als irgendwelche Ministerien. Das Entscheidende sind die Medien, um den Menschen mitzuteilen, der Bürgerkrieg ist aus, wir haben gewonnen, bleibt zu Hause, schaut wie es weitergeht, wir haben jetzt einen neuen Präsidenten. Das geschieht bei den blutigen Revolutionen gegen totalitäre Regime, in dem also auf blutige Art und Weise dann die Funkhäuser genommen werden. Bei den stillen Revolutionen gegen Demokratien, wo man regelmäßig keine Munition braucht, weil Demokratien können unterwandert werden, geht der Weg dann auf stille Art und Weise, nämlich durch den Gang durch die Institutionen in erster Linie in die Funkhäuser, um die Funkhäuser, die Medien zu übernehmen. Ein dritter Punkt, warum die Demokratie so vulnerabel ist, ist das politische Personal. Das politische Personal in Demokratien wird regelmäßig eher zufällig ausgewählt. Nämlich zufällig danach, wer die Mehrheit hat, wer im Wahlkreis die Mehrheit hat oder wer auf einer Liste die Mehrheit hat. Er wird anders als den totalitären Staat nicht handverlesen, geht durch lange Kaderschulungen, muss seine politische Linientreue beweisen, muss bestimmte Qualifikationen haben, ob das nun helle Qualifikationen oder schmutzige Qualifikationen in bestimmten Diensten sind, sondern es ist ein anderes System. Es ist ein System, in dem man durch Zufall oder durch relativ leicht, wenn man die entsprechende Rückendeckung und finanzielle Backing hat, in bestimmte Funktionen kommen kann. Und das hat auch Nachteile für die Demokratie. Es hat insoweit Nachteile, als dass Politiker durchaus auch abhängig sein können von ihrer Funktion, was wir auch heute immer wieder erleben, sind abhängig insoweit, als dass es ihr Beruf ist. Sie haben nichts anderes und wenn sie aus dem Parlament gehen, werden sie nicht ohne weiteres eine Anschlussverwendung in ihrer ursprünglichen Ausbildung haben, in ihrem ursprünglichen Ausbildungsberuf, wenn sie überhaupt einen Ausbildungsberuf oder eine Ausbildung hatten. Dazu kommt noch ein weiteres. Es gibt auch im Bundestag nicht nur die großen Leistungsträger, sondern, ich glaube, Markus Krall war es gewesen, er war der Meinung gewesen, dass im Bundestag nicht nur die hellsten Lampen leuchten. Auch das ist ein Problem, das wir mit unserer parlamentarischen Demokratie haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Verwundbarkeit der parlamentarischen Demokratie oder unserer freiheitlichen Demokratie muss man immer im Blick haben, wenn wir jetzt auch über die Feinde der freiheitlichen Demokratie und über die Probleme, die wir derzeit haben, mit der Demokratie in Deutschland sprechen. Ich möchte über die Feinde der Demokratie sprechen, bevor ich dann auf die jetzige Lage zu sprechen komme und dann noch auf die Corona-Situation im Besonderen. Mittlerweile muss man allerdings wahrnehmen, dass bestimmte Personen, Gruppen oder auch Parteien behandelt werden, wie, ich sage mal, bei der kommunistischen Feindbekämpfung, der Zersetzung, Bekämpfung mit dem Ziel eben der Vernichtung. Und das geht so weit, dass Einzelpersonen, die sich sehr kritisch äußern zu bestimmten Positionen des politisch-medialen Mainstreams, isoliert werden, stigmatisiert werden, dass sie diffamiert werden, dass sie diskreditiert werden, ausgegrenzt werden, mit dem Ziel, dass niemand mehr Kontakt zu diesen Leuten nimmt, mit der Folge, dass sie sozial isoliert werden, möglicherweise, und das wird dann im Internet dann auch immer in den sozialen Netzwerken kolportiert, hoffentlich bringen die sich dann auch um, dass dies als mitschwingendes Ziel natürlich ist, dass eine soziale Isolation auch zu persönlichen Folgen führen kann. So etwas fand in der DDR statt, so etwas fand in der Sowjetunion statt. Mein Eindruck ist, dass es bestimmte Kräfte in diesem Land gibt, die dies auch durchaus hier in Deutschland praktizieren wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte jetzt noch zum Thema Corona ganz kurz kommen, weil das, was ich Ihnen gerade vorgetragen habe an Problemen, die wir in den letzten Jahren aus meiner Sicht hatten in der freiheitlichen Demokratie und die diese Demokratie für mich in Teilen schon geschwächt haben, sich jetzt noch fortgesetzt haben, aber ich muss sagen, in einem Tempo, das mich schon fast schwindelig macht. Corona oder Covid-19, diese Erkrankung ist aus meiner Sicht eine Erkrankung, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Eine schwere Erkrankung, jedenfalls für bestimmte soziale Gruppen oder Altersgruppen. Eine Krankheit, wo sich jeder nach Möglichkeit auch vor schützen muss und wo auch der Staat bestimmte Schutzaufgaben hat. Was ich jedenfalls als großes Problem ansehe, ist, dass nachdem also die ersten Erfahrungen mit dem Virus da waren, von China über Korea bis eben Italien und Spanien, man Schlussfolgerungen daraus hätte ziehen müssen und man auch, und das sage ich jetzt als Jurist, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung hätte auch treffen müssen. Denn das Coronavirus steht auch nicht über dem Grundgesetz und auch das Grundrecht auf Leben ist nicht das einzige Grundrecht, das wir haben, sondern es muss eine Abwägung getroffen werden. Die Tatsache, dass durch eine Maßnahme vielleicht nur eine einzige Person gerettet wird, ist keine Rechtfertigung dafür, dass man vielleicht eine ganze Volkswirtschaft an die Wand fährt. Um es kurz zu sagen, die Medizin darf nicht gefährlicher sein als die Krankheit selber. Und hier brauchen wir eine vernünftige Abwägung. Und hier finde ich es bedauerlich, dass diese Abwägung so bisher nicht getroffen worden ist und stelle fest, dass es viele Kritiker gegeben hat und immer noch gibt, die sehr sachkundig sind. Ob das in Finanzfragen, volkswirtschaftlichen Fragen, ob das im Bereich der Lungenmedizin, in der Internistik, Kardiologie ist, die alle ihre Beiträge leisten könnten, zur Frage der Folgewirkung der Corona-Maßnahmen, dass diese Leute nicht gehört werden. Sondern das oberste Prinzip scheint zu sein, dass man nur Virologen hört und das Robert-Koch-Institut hört, aber dass man nicht hinreichend prüft, was die Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft, auf die Volksgesundheit im Übrigen und natürlich auch auf die Volkswirtschaft hat. Im Gegenteil, unsere Medien haben viele Kritiker, die sich geäußert haben, entweder nicht zu Wort kommen lassen, totgeschwiegen oder diese Leute sind dann an den öffentlichen Pranger gestellt worden, als Aluhüte, als Corona-Leugner und so weiter und so fort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Problem, das ich sehe, ist, dass wir hier einfach den Kurs weiterfahren, ein Weiter-so machen, ohne nach rechts und links zu schauen, was die Wirkungen sind dessen, was diese Maßnahmen letztendlich anrichten, ohne eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durchzuführen. Ich bin hier auch nicht der Weiseste im Saal und auch nicht der Schlauste, aber meine Erwartung ist einfach, dass man all die Leute hört, die Beiträge dazu leisten können, dieses Problem zu lösen und sich nicht nur auf Ministerpräsidenten, auf Gesundheitsminister, die jedenfalls keine Internisten und Kardiologen sind oder auf die Staats- und Regierungschefs verlässt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was bedeutet das alles für uns im Ergebnis? Es bedeutet für uns, dass die Demokratie, die ich vorhin schon als vulnerable bezeichnet habe, noch schwächer wird, weil mein Eindruck besteht darin, viele Bürger verstehen sich gar nicht mehr als Bürger, sondern nur noch als Befehlsempfänger und als Untertanen. Und das ist ausgesprochen schädlich für eine Demokratie. Wir brauchen in einer Demokratie Menschen, die sich auch selbst wahrnehmen als Bürger, als diejenigen, die diesen Staat tragen. Ich sehe als weitere großes Problem die tiefe Spaltung der Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die schon nach 2015 durch die Migrationskrise gespalten war, in Willkommenskulturanhänger und an Skeptiker. Ich sehe eine Spaltung der Gesellschaft auch dadurch, dass diejenigen, die Skeptiker sind, ob das jetzt bei Corona ist oder bei der Migration, sehr, sehr schnell sich in einer Ecke wiederfinden, in die sie gar nicht gehören, nämlich in die Leugner-Ecke, in die Rechtsextremisten- oder Verschwörungstheoretiker-Ecke. Und ich sehe ein weiteres großes Problem in der Rolle der Medien, die ich vorhin schon deutlich und breit dargestellt habe, nämlich die Rolle der Medien, die den Auftrag nicht nur haben, die Menschen wahrheitsgemäß in aller Breite und Vielfalt zu informieren, sondern auch die Politik kritisch zu begleiten. Wenn allerdings die Medien jetzt sich darin gefallen, nur Politik weiterzugeben und für diese Politik Werbung zu machen und die Kritiker der Politik zu kritisieren oder an den Pranger zu stellen, haben wir ein Medienproblem auch in Deutschland. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe den Eindruck, Sie haben mir aufmerksam zugehört. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Dr. Maaßen, ich möchte mir erst mal bedanken für Ihre genaue Analyse, also worum es eigentlich gehen würde, also die Rolle des Bürgers oder auch die Rolle der Politiker als Angestellte, als Bild. Und jetzt ist meine Frage, wo sehen Sie Ansatzpunkte am ehesten, die Situation zu verbessern? Weil Sie haben ja auch die Schwierigkeiten herausgearbeitet, in der sich die Demokratie heute oder den schwierigen Zustand, in dem sich die Demokratie heute befindet. Wo sind am ehesten Ansatzpunkte, das zu verbessern? Ja, noch etwas, ich sage mal, zur Analyse. Und dann komme ich auch direkt dann zu den Ansatzpunkten. Ich hatte den Eindruck, dass viele Menschen in Deutschland die Demokratie so verstehen, dass man einmal in vier Jahren zur Wahl gehen muss, sollte als guter Demokrat, dass man Steuern zahlen soll und vielleicht noch seine Kinder gut erziehen soll. Und das ist es. Und dann gibt es in Berlin oder in Düsseldorf oder in München in den Parlamenten und in den Regierungen die Profis und die erledigen das alles für mich. Da kann ich hin und wieder noch meine Witze über diese, in Anführungszeichen, Pappnasen machen, über die sowieso und mich darüber ärgern. Aber das Demokratieempfinden, so nehme ich das wahr, ist bei vielen Menschen, ich sage mal, so biedermeierlich. Demokratie besteht nur darin, wählen, Steuern zahlen, Kinder erziehen ist aus. Und so funktioniert die Demokratie nicht. So funktioniert die Demokratie deswegen nicht, weil wir dann die falschen Leute im Parlament haben. Das sind nicht die Leute mit Lebens- und Berufserfahrung. Das sind nicht die Leute, die etwas dazu beitragen können. Das sind nicht die Leute mit Augenmaß und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, sondern das sind die Leute, die eine falsche Politik machen. Und wie man das dann ändern kann? Ja, vom Biedermeier müssen wir weg. Wir brauchen mehr Leute mit Berufs- und Lebenserfahrung ins Parlament. Die müssen auch mal die Ochsentour machen, von außen reingehen, sich reindrängen, in die Parteien reindrängen, den Mund auch aufmachen, so schwer es auch ist, weil diejenigen, die auf den Trögen sitzen, andere nicht ranlassen wollen und genau wissen, wenn sie hier rausfallen und Qualifizierte kommen dahin, wo bleibe ich dann? Aber das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, die im Grunde genommen der Bürger machen kann. Er muss einfach aktiv werden. Eigentlich egal in welcher Partei, ob es CDU ist oder SPD oder Grüne. Das ist derzeit ein Problem, glaube ich, das alle diese Parteien betrifft, dass einfach zu wenig Menschen mit Lebens- und Berufserfahrung aus der Mitte der Gesellschaft da sind, dass wir viel zu viele Berufspolitiker, die sich als Berufsdemokraten sehen, dort tätig sind. Und der andere Ansatzpunkt, das ist da so meine Hauptbotschaft, das sind die Medien. Wir brauchen andere Medien und zwar Medien, die den Menschen nicht das darstellen, was die Journalisten gerne möchten, was die Leute denken und wie die Leute wählen, sondern wir brauchen eine breitere Vielfalt an Medien. Aber das ist ein weiter Weg, da hinzukommen. 情ern. Das ist ein Repeat-Modium. dice视频